Star-Investor Warren Buffett hat gesagt, seien Sie ernstlich, wenn die Welt gierig ist und seien Sie gierig, wenn die Welt ernstlich ist. FTX.com ist pleite, Silvergate, Capital Bank ist pleite, Silicon Valley Bank ist gestern Freitag, 10. März 2020 ist auch pleite. Die Bankaktien sind gefallen. Zum Beispiel Bank of America, JP Morgan Aktien sind sehr günstig. Bank of America gehört zu Warren Buffett Portfolio zweiter Platz. Vielleicht jetzt ist es eine gute Chance, die besten Bank Aktien zu kaufen und lange zu halten. Für Frauen muss Geld sparen, richtig investieren, lasst money working for you. Finanzierung, Unabhängigkeit ist sehr wichtig für eine Frau. Natürlich ohne Kredit, nur selbst gespart Geld, nicht einmal all in, sondern Kleingeld mehrmals investieren. Aktien ist Risiko sehr höher. Selbst muss die Verantwortung nehmen. Viel Spaß und viel Erfolg!